Wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt für Ihre Bewerbung? Viele Leute schwören geradezu auf den Montag, weil sie denken, die Personaler in den Firmen sind dann noch frisch und ausgeruht vom Wochenende. Aber das Gegenteil ist der Fall. Oh, Montag, eine neue Woche hat angefangen. Also weichen die meisten aus auf den Dienstag. Aber Montag sind die ganzen Meetings und Besprechungen, Dienstag sind alle am Rackern. Da bleibt auch keine Zeit für Ihre Bewerbung. Jetzt könnte man den Mittwoch nehmen, denn das ist der neutralste Arbeitstag der Woche. Das letzte Wochenende ist lange her und das nächste noch lange hin. Und genau das drückt aber ehrlich gesagt auf die Stimmung. Deswegen Mittwoch kein guter Tag für Ihre Bewerbung. Den Donnerstag, den fasse ich gleich mal zusammen mit dem Freitag. An beiden Tagen kann man das Wochenende schon richtig spüren, das kommt. Und die Personaler sind mit einem Teil des Gehirns schon längst am Stadtpark oder am Baggersee. Und Ihre Bewerbung wird nur mal soeben überflogen. Es bleibt uns also nur noch das Wochenende. Und die gute Nachricht ist, da hat man als Bewerber doch auch die meiste Zeit, seine Bewerbung fertig zu machen und abzuschicken. Aber die schlechte Nachricht ist, alle, die am Wochenende schicken, landen Montagfrüh einfach im großen Postfach vom Personaler und geht in so einer Riesenmasse unter. Man kann wirklich zu jedem beliebigen Tag Gründe finden, warum man sich nicht bewerben sollte. Der beste Tag für Ihre Bewerbung ist immer heute.